Hallo ihr Lieben, die Glossybox ist gekommen und ich würde sie gerne wieder gemeinsam mit euch auspacken. Also wenn es euch interessiert, bleibt direkt dran. So, lüften wir das Geheimnis. Raschel, raschel. Okay, das erste, was ich rausziehe, ist ein Egyptian Magic All-Purple Skin Cream. Eine kleine Probe. Lift takes from the taker and gives to the giver. Lift. Ich denke direkt an Lifting Creme. Wie bescheuert. Hier steht Life takes from the taker and gives to the giver. Also Lebensweisheit neu erfunden gerade. Also eine kleine Mini-Probe, die man aus Zeitschriften kennt, die Größe. Kenne ich überhaupt nicht diese Firma. Egyptian Magic Love. The Ancient Egyptian Secret Magical Cream. Uh, das hört sich sehr spannend an. Hier steht auch rein gar nichts auf Deutsch drauf, sodass man hier nochmal was übersetzen könnte. Ja, okay. Fangen wir, oh, noch ein zweites zu enthalten. Okay, und jetzt geht's los. Now Bay Natural and Organic Oxygenating Cream. Also es sind ja teilweise schon Zungenbrecher dabei. Also eine Feuchtigkeitscreme, Moisturizing. Der Hersteller sagt mir gar nichts. Oh, hier steht drauf, Product Not Tested on Animals. Das finde ich sehr gut, denn ich bin absoluter Tierfreund und da lege ich Wert drauf. Nicht alle Produkte sind leider tiergetestet frei. Also nicht an Tier getestet, Tieren getestet. So langsam kommen die Sprachfehler wieder. Sehr großneutral. Now Bay. Kenne ich auch nicht. Kramen wir weiter. Great Length. Daily Moisture Shampoo. Oh, cool. Great Length, das ist ein Haarverlängerungshersteller. Also da kann man Extensions kaufen. Ich kenne die Firma. Haha. Und, ähm, riecht angenehm. Riecht wie so ein Friseurshampoo. Dieser typische Salongeruch, wenn man reinkommt. Den mag ich total gerne. Und so riecht das jetzt. Sehr angenehm. Ich habe das jetzt aufgedreht, obwohl hier oben eigentlich so ein Clip-Öffner dran ist. Ähm, okay. Was kann der? Das? Was kann das Shampoo? Steht hier jetzt auf den ersten Blick nicht drauf. So. Kramen wir weiter. Oh, was ist das? Von LCN. Ein Silver Chrome Eyeliner. Wow. Der ist mal wirklich Silber. Und das Papierchen, beziehungsweise die Umhüllung dieses Stiftes, die Folie, die hier drauf ist, die sieht auch so holographisch aus. Also die schimmert in vielen verschiedenen Farben, als ihr das sehen könnt. Ähm, gut. Silber ist jetzt nicht so mein Ding. So was kommt dann wahrscheinlich immer in Karneval oder zu bestimmten Anlässen zum Einsatz. Was haben wir hier noch? Bella Pierre Cosmetics. Ein Mineral Blush Desert Rose. Oh, cool. Das finde ich immer gut. Oh, das hat einen schönen, leichten Schimmer drin. Das ist natürlich eine schöne, natürliche Farbe. Und die sieht nicht schlecht aus. Hm, ja, kann ich mir schon gut vorstellen. Das ist sehr gut. Für Rouge bin ich immer zu haben. Was haben wir hier noch? Ein Balance Me Shine On Tinted Lip Salve. Oh. 100% Natural Origin. Muss eigentlich da alles auf Englisch draufstehen? Wieso gibt es nicht mehr deutsche Firmen und deutsche und überhaupt? Wir sind noch in Deutschland. Oder? Ist jetzt irreführend. Ich habe mir gerade die Hände eingecremt. Das war keine gute Idee, weil jetzt riecht ich permanent die Handcreme. Ja, kann ich nicht viel zu sagen. Ich bilde mir ein, dass es leicht minzig riecht, aber ich kann mich auch täuschen. Okay. Das hat so einen Braunton. Wirkt im ersten Augenblick etwas merkwürdig, weil für die Lippen... Hm. Na gut, mal sehen, wie die Farbe so aussehen wird. Aber Balance Me... Da gab es schon mal in einer, ja, jetzt ist wieder die Frage, Pink Box oder Glossy Box, ein Duschgel von Balance Me. Und das fand ich sehr gut. Das war auch 100% Natural Origin. Und das fand ich super. Das hat auch einen ganz angenehmen Duft gehabt. Und jetzt kommt Frisselzeug. Ja. Das war's. Schon. Äh. Also das sind die fünf Produkte, die zu der Box gehören. Und das sah jetzt im ersten Moment zu wenig aus, weil die alle so winzig waren und nichts dabei war, wo ich gedacht habe, oh wow, das ist jetzt eine Originalgröße. Aber das ist ja eine Originalgröße. Das hat nur jetzt getäuscht, weil alles so handtaschengrößenmäßig aussieht. Aber das hier ist tatsächlich die Originalgröße. Und der Stift natürlich auch. Also, ja. Also hier sind wirklich viele Sachen dabei, die ich noch nicht kenne. Und das finde ich immer sehr gut. Hier dieses Bella Pierre, das wurde in Taiwan hergestellt. Finde ich jetzt nicht so pickelnd. Weil die Kosmetik, die ich benutze, die dekorative Kosmetik, die wird in der Regel in Deutschland hergestellt. Oder in England und alles andere müsste ich nochmal nachschauen. Aber das sind so die gängigen Herstellungsländer, die mir bekannt sind. Oder in Frankreich wird auch manches hergestellt. Und das sind irgendwie Länder, in die ich auch Vertrauen setze, weil sie so in der Nachbarschaft angesiedelt sind. Und Made in Taiwan. Ich glaube, ich hatte noch nie ein kosmetisches Produkt. Da muss ich jetzt mal forschen gehen, was in Taiwan hergestellt wurde. Damit verbinde ich eher Kleidung. Also Made in Taiwan ist mehr so Kleidung. Naja. Also da bin ich mal gespannt. Da bin ich... Das können wir eigentlich direkt mal testen, weil der Geruch, der würde mich mal interessieren. Irgendwie macht mich das so ein bisschen skeptisch. Das stoppt natürlich entsprechend. Ah, Handcreme. Ja, okay. Okay, also es riecht erdig, tonig. Also es ist ja auch ein Mineral Blush. Insofern... Riecht jetzt nicht künstlich. Insofern geht das eigentlich. Ich habe jetzt Schlimmeres erwartet. Oh, das macht aber eine tolle Farbe. Die zeige ich euch auch direkt mal. Es sieht jetzt in der Kamera erdiger aus. Vielleicht irritiert der Nagellack? Ne. Es sieht jetzt erdiger aus, als es ist. Also es ist ein leicht orange-stichiger Pfirsichton. Ich bin mal gespannt. Ja doch, ihr könnt es glaube ich ganz gut erkennen. Ich glaube, da kann man einen schönen natürlichen Look mit schminken. Kann ich mir ganz gut vorstellen. Aber dieses Made in Taiwan macht mich irgendwie ein bisschen stupzig. Ich weiß nicht, was meint ihr denn? Also habt ihr Kosmetik, die Made in Taiwan ist? Ich habe das auch noch nie gehört. Also vielleicht ist es mir aber auch einfach nicht bewusst aufgefallen. Da müsste ich jetzt echt mal recherchieren. Also das Fazit lautet cool. Auf jeden Fall wegen der Firma. Farbe bin ich mal gespannt. So ein Braunton auf den Nippen macht mich skeptisch. Aber ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Es heißt Super Soft Beige und es soll auch nur ein Hint von Farbe sein. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es eigentlich ganz okay aussieht, wenn es nicht zu intensiv ist. Aber da muss ich mal schauen. Genau. Das hier finde ich auf jeden Fall super cool, weil Natural & Organic ist immer gut und Gegen-Tier-Testerei finde ich auch immer gut. Und hier das Shampoo. Da bin ich auch schon gespannt, weil ich hatte von Great Length noch gar kein Produkt. Habe ich auch noch nie in der Drogerie oder in einem Laden gesehen, dass die auch Pflegeprodukte verkaufen. Insofern, da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Und was die Haare angeht, das finde ich immer super interessant. Da bin ich immer gerne zum Testen bereit. Ja und die anderen beiden Produkte, wie gesagt, da mal schauen, was ich davon halten soll. Und hier der wird bestimmt irgendwann zum Einsatz kommen. Nur nicht unbedingt jeden Tag, weil Silber ist jetzt nicht so meine Farbe für Augen-Make-up. Aber das macht nichts. Das ist in Ordnung so. Und die beiden Pröbchen hier mit den Egyptian Magic Creams drin. Ich habe überall jetzt Blushing und auch mal gerade eben meine Hose versaut. Meine schwarze. Ja, da werde ich auch mal gucken, was dahinter steckt. Ich würde sagen, für 15 Euro, was die Box ja gekostet hat. Oh, Eyeliner runtergefallen. Tja, blöd. 15 Euro für die Box. Naja, also es gab schon bessere. Also ich finde die Produkte jetzt so durchschnittlich okay und gar nicht so verkehrt. Aber es gab auf jeden Fall, finde ich, schon bessere Boxen und interessantere. Und wo wirklich Produkte dabei waren, wo ich gedacht habe, boah cool, wo ich mich so richtig gefreut habe. Und das war jetzt nicht so der Fall, was ich schade finde. Weil ich habe mich auf das Video gefreut und die Box mit euch auszupacken. Aber naja, ich hoffe es war interessant für euch. Und ich hoffe, ihr habt vielleicht Fragen dazu, die ihr mir stellen möchtet, denn die beantworte ich gerne. Und ja, votet weiterhin bitte für mein Büro-Outfit-Video. Ich freue mich nämlich ganz toll über euer Feedback. Und ich habe auch schon ein paar Antworten bekommen und ich werde es auf jeden Fall machen. Das steht auf jeden Fall schon mal fest. Wenn ihr spezielle Fragen dazu habt oder irgendwelche Themen, die ich noch anschneiden soll oder Punkte, worauf ihr Wert legen würdet, Thema Schuhe, Thema Schmuck, Thema Make-up oder sonstiges in Verbindung mit den Büro-Outfits, dann lasst es mich wissen. Dann kann ich da nämlich noch gezielt drauf eingehen. Und ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, ihr Lieben. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!